Wo bleibt Käpt'n Preiss? Wir können nicht warten. Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Trash. Meine Tür! Können Sie nicht warten? Bruder! Wohin kann ich? Erster! Komm mal in die Trash, Alex! Preiss! Wir können nicht warten. Ich habe mehr Feuerkraft in meinem Trash. Alex, wir nach! Ich sehe sie! Drückt mich! Zuck ins Schiff! Wohin, da! Die Fässer! Ich habe meine Trash, Alex! Was ist denn? Feins zwischen den Gebäuden! Bein! Berettmache! Komm nicht, Alex! Ich habe Waffen im Trash! Jawohl, wo auch immer du hin bist. Hier unten, alles klar. Oh mein Gott. Ja, ich bin auch dabei. Ja, ich bin auch dabei. Das war von ihrer eigenen Medizin. Was? Das Gas. Das nächste wird sein Mann dir auch. Los, Schöster! Rein! Ich bin auch dabei. Schwester, runter von mir. Wie könntest du das tun? Wir hatten keine Wahl, Pfarrer. Es geht nicht anders. Nein, nicht so. Schwester, Schwester. Alex, hör mir zu. Ich stahl das Gas von den Russen, um uns zu helfen. Nur um uns zu helfen. Sag es, Pfarrer. Sag es ihr, Alex. Das verstehe ich jetzt nur so bedingt. Was passiert jetzt? Das ist eigentlich so ein Zwischenladescreen. Cool. Supergeil. Ach du heilige Kacke, was ist denn jetzt los? Und, wie geht es euch heute so? Meine Güte, das ist ja nicht mehr normal gerade. Schöner Ladescreen. Lädt das noch, oder was passiert jetzt? Oder startet der jetzt im Hintergrund, das ist ein altes MW3 oder so, oder halt das MW, weil vor 20 Jahren, das ist schon ein bisschen länger her. Bruder, was passiert hier? Das hatte ich auch noch nicht. CPU ist auch gerade komplett überlastet. Also CPU sieht gerade wie folgt aus. Ich kann das ja jetzt ja gerade mal zeigen. Jetzt sieht die GPU gerade ganz gut aus, aber die CPU rastet komplett aus. Alles durch und durch rot. CPU kommt gerade gar nicht klar. Die GPU gerade sieht hier ganz gut aus, da. Aber die CPU rastet gerade vollkommen aus. Und auch meine RAM ist gut belastet. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bin gespannt, was noch kommt. Nur besser werden. Ach so Ich kann mich umgucken Oh Hier bin ich, hier bin ich Hier unten ist ein Kinn Schnell Die Trümmer müssen weg Bring die Säge Hier ist jemand Haltet ihr die Augen zu Ein Mädchen Ganz jung Das ist meine Tochter Jetzt bist du sicher Geht sie mir Geht sie mir Oh, meine kleine Frau Ich bin mit Lebst Mama Hey Mama Haltet Wo ist mein Sohn? Wo ist sie an dir? Zuhause geblieben Passe goin Also Suche Lenart childcare Was liebt Was liebt Ich einfache Dier Bruder In shaun Hier lang! Baba! Ich habe Angst! Ich habe keine Angst, Klaus. Wir sind zusammen. Wir sind Kinder! Bitte! Ich schieße! Wir sind unter Waffnet! Kleines, ich gehe vor und schaue, ob sicher ist. Bleib hinter dir. Ja, Baba, das mache ich. Gutes Kind. Hör auf mich! Dann bist du sicher! What the fuck? Jetzt spiele ich ein Kind! Junge, ist das krank! Was? Jetzt krank! Folge mir! Die Russen dürfen dich nicht sehen. Folge mir! Tapferes Mädchen! Schau mir doch auf! da! Bye, Bye, Bye! Ich bin falsch gelaufen! Raus, oder? Du Hörst du zu, bitte! Wieso bin ich eigentlich noch kleiner als Hadir? Kommt mit in die Küche, beide. Wo ist Mama? Mama kommt nicht. Tut mir leid, mein Junge. Warum tun die das, Baba? Sie denken, wir helfen den Rebellen. Hier, nimm diese Maske. Haben wir noch eine für Paula? Du brauchst eine eigene. Ich helfe deiner Schwester. Los! Nimm die Telefone. Benutzt sie, wenn wir getrennt werden. Okay. Wir gehen über die Brücke in die Berge. Dort sind wir sicher. Kommt! Sie werden euch holen und wegsperren. Ich will nicht weg. Okay. Hör du, ich weiß. Also sorry, aber ich muss mich hier mal eben umgucken. Voll krass gemacht. Schon ein bisschen heftig, das aus Kindersicht zu sehen. Nein! Hier ist niemand. Nur meine Kinder, bitte! Nein! 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 Nee! Nein! 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 Porstekin! Soll ich jetzt? Nein. Sieh dir mein Bein an, du Miststück! Du lässt mich an! Eine kleine! Na, wie du hier drunter versteckst, man kann mich doch gar nicht sehen. Oh. God damn. Du lässt mich an! Scheiße! Wie du? Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it! Mann, wo soll ich denn hin? Ich hab ja keinen Plan, wo ich hin soll. Verpiss dich! 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 Ich schiege dich! Oh, Alter, Junge, ist das krank! Wie krieg ich den denn tot? Alles gut! Scheiße, das habe ich falsch gemacht. Ich hätte... ich hätte... Ich hätte... Ich hätte...